Zora, ein Glück bist du da! Es ist entsetzlich! Sieh nur! Als wir nach dem Engstein des Lichts sehen wollten, entdecken wir dieses unheimliche Loch. Bis ein Portal zu einem anderen Ort ist? Oder zu anderen Welten? Auf zu meinen Welten! Wollte es erfüllen? Vielleicht ist auch eine Tür die Vergangenheit? Alter. Oder aber es ist eine Falle der Organisation 80, die wir schon gecheckt haben. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir uns nähern. Ich schläfe, Goofy! Boah, S, deswegen meinte er so gut. S, Dich, Loft. S. Wer ist das? Sieh nur, Zora! Dieses riesige Loch! Ist es auf einmal mitten in den Raum erschienen? Vielleicht bringt es es zu anderen Welten! Dabei war gerade wieder Frieden im Schloss eingekehrt. Was wohl dieses Mal passiert? Keine Ahnung, Bruder. Sag du es mir. Dieses Loch verschrippt eine unheimliche Kraft, Mann. Ich spüre das schon überall. Es ist nicht abzusehen, was passieren könnte. Also näher dich langsam, aber sicher, ja? Be gentle. Aber Leute, das machen wir nicht. Wir gehen jetzt hier rein. Wir haben Angst vor dem Loch. Okay, der Part geht schon los. Hallo und herzlich willkommen bei Kingdom Hearts 2.5. Fahne, witz. Aber ja, Leute, heute ist wahrscheinlich jetzt der letzte Part. Der letzte Part! Außer, Michael, ich scheiß jetzt richtig rein. Außer, ich scheiß richtig rein. Eine Stunde, zwei Stunden? Drei Stunden, zwei Stunden? Stell dir den neunten oder achten Peter. Er ist tausendmal schwerer als dein Sephiroth, Junge. Okay. Okay. Das ist ein Witz, Junge. Ich will, ist ja ein Michael. Leute, ihr habt das oft. Ich glaube, ich muss wieder komplett los. Scheiß Eckstreife. Auf geht's! Den Cutszen haben wir im letzten Part gesehen, also guckt es euch an. Tut mir leid, ich nehme das zurück. Scheint ein Portal zu sein. Wohin er es wohlführt. Da gehe ich lieber nicht durch. Weil ich bin ein... Ich bin jemand, der... Ich bin durch die Portale, irgendwas los mit dir. Die neugierige Sieht. Ich gehe durch. Ja. Ja. Danke, Sora. Drahtnein. Das ist nicht please. Ich bin jemand, der Sie in den Hohen zu kommen. In derVESTIGärchung haben wir sowas in eine Summe zu sitzen. Das ist es nicht toll, der Du coaching hat. Das ist nicht gut. Man kann nur... das ist bestätig. Wie soll das nicht über die Seite zeigen? Es ist so wichtig. Ich gehe nicht über die Seite der Stunde sweats aus. temptille dernetenheiten in Hoheneln. Das war's für heute. 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 Und keine Magie. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Oh nein. Das war's für heute. 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 Scheiße. Das war's für heute. Ja, ja. Das war's für heute. 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 Okay, okay. Okay, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, Okay, okay. Das war's für heute.